Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich grüße euch, liebe FC-Fans, und willkommen zu einer neuen Folge Kölner Zeit. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und heute mit einer Transfer-News, denn die vakante Backup-Rechtsverteidiger-Position ist besetzt. Rasmus Carstensen wechselt nach Köln. Wir schauen uns das ein bisschen genauer an heute. Was ist das für eine Art Spieler? Was bringt der so mit? Wir schauen uns die Vertragsmodalitäten im Genauen nochmal an. Und Aussagen von Verantwortlichen und vom Spieler selber. Wenn euch das interessiert, wie immer, einfach dranbleiben. Los geht's! So, wie ich ja bereits in einem der letzten Videos gesagt habe, hat der FC ja großes Interesse gehabt am Rechtsverteidiger Rasmus Carstensen. Und nun ist es offiziell. Der 22-jährige Däne wechselt nach Köln. Nachdem, so hieß es zumindest, der FC bereits eine Einigung mit dem Spieler selbst erzielt hat, konnte man sich jetzt auch mit dem Verein einigen. Und Carstensen kommt zunächst für ein Jahr per Laie mit, verankert ist eine Kaufoption. Gestern war noch die Rede, dass die bei 1,5 Millionen liegen würde. Heute schreibt die Express, die Kaufoption liegt bei ungefähr einer Million Euro. Erst vergangenen Sommer wechselte Carstensen von seinem Heimatklub Silkeburg für drei Millionen zum KRC Genk. Allerdings konnte er sich in Belgien nie wirklich durchsetzen und kam in der Saison auf lediglich vier Einsätze bei den Profis. Für die kommende Saison, so hieß es, war er auf der Rechtsverteidigerposition nur noch dritte Wahl. Und hier stellt sich dann natürlich die Frage, ob und inwieweit die Qualität für einen Backup in der Bundesliga ausreicht. Aber wir wissen es ja selber, in den letzten zwei Jahren haben wir es ja selber oft genug erlebt. Wenn es einen Bessermacher-Trainer gibt, dann Steffen Baumgart. Dann ein paar Worte zum Spieler selber. Also Carstensen ist, wie gesagt, Däne, 22 Jahre jung, 1,83 Meter groß und hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro. Er verfügt über eine gute Körperlichkeit und Geschwindigkeit, aber auch über eine gute Flanke. Sowohl von der Grundlinie als auch aus dem Halbraum. Und interessant ist auch, dass er beide Flügelpositionen besetzen kann. Sowohl links als auch rechts. Und wie sagt Jürgen Klopp einmal so schön, es ist einfacher, einen Offensivspieler zum Rechtsverteidiger umzufunktionieren, um ihm das Verteidigen beizubringen, als einen Verteidiger zu einem Offensivspieler, um ihm das Offensivspiel beizubringen. So oder so ähnlich hat er es mal gesagt. Und Steffen Baumgart sagt über Carstensen, er ist ein Spieler mit einer guten Geschwindigkeit und sehr guten Mentalität. Aber er ist auch ein Spieler, der mindestens 1-2 Monate braucht, um sich hier an alles gewöhnen zu können. Das sollten wir nicht verkennen. Und Rasmus Carstensen über den Transfer. Ich habe mich für Köln entschieden, weil ich es als große Chance sehe, für solch einen großen Traditionsklub zu spielen. Dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt möchte ich mich als erstes gut in die Mannschaft integrieren und auf dem Platz zeigen, was ich kann. Und dann natürlich auch Spiele machen, um den Fans zu zeigen, dass ich eine Verstärkung für den FC bin. Dann bleibt abschließend nur noch zu sagen, herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, lieber Rasmus Carstensen. Vielen Dank. Vielen Dank.